Es wird auch noch das letzte Testspiel sein, das habe ich ja auch schon mal gesagt, weil dann in zwei Wochen geht es ja schon los. Auf der anderen Seite muss ich sagen, macht die Mannschaft wirklich im Moment einen sehr guten Eindruck, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Ja, Trainers, das erste Trainingsspiel ist durch und ein klarer Erfolg war natürlich auch erwartet worden. Aber ich glaube, ein ehrgeiziger Gegner hat es euch nicht ganz einfach gemacht. Das sehe ich komplett anders. Wir haben sehr viel Spielfreude gehabt. Gute Abläufe, viele Torschancen, viele gute Situationen, bis auf einen Torschuss, auf so einen Geläuf nichts zugelassen. Da bin ich mehr als zufrieden. Ein bisschen ein Makel an dem Spiel ist eben leider Gottes die Verletzung von Paul Milde. Es ist schon ein bisschen was bekannt, denn es sah verdammt schlimm aus. Deswegen habe ich ja gesagt, sehe ich das ein bisschen anders, weil in so einem Spiel auf so einem Platz, so reinzugrätschen im Freundschaftsspiel, wo man Nachbarn sind, da halte ich für sehr fragwürdig. Wahrscheinlich sind alle Bänder kaputt. Zumindest ist das der erste Verdacht. Da müssen wir natürlich erstmal nochmal Untersuchungen machen, aber es sieht nicht gut aus. Sehr schade, dass das in so einem Freundschaftsspiel passiert, an der Seitenlinie, wo eigentlich nichts passieren sollte. Das wäre sehr traurig, auch für den Spieler, aber auch für uns natürlich. Ich glaube, die Zuschauer sind heute auch sehr, sehr neugierig in dieses Stadion gekommen. Nicht, um Energie das erste Mal in diesem Jahr zu sehen, sondern auch zu gucken, gibt es neue Gesichter. Also ich habe viele Gesichter gesehen, ich weiß nicht, Spieler wird wahrscheinlich die Frage sein oder ist die Frage. Wir warten jetzt da drauf. Ich habe gestern nochmal mit den jeweiligen Spielern gesprochen. Die haben gesagt, dass am Wochenende die Entscheidung fällt. Wir sind da zuversichtlich, nicht euphorisch, aber zuversichtlich. Ich habe das ja am Mittwoch gesagt, wir haben alles getan, über unsere Verhältnisse teilweise dennoch nicht das Risiko komplett gefahren. Aber wir haben mehr gemacht, als was wir sonst machen konnten. Jetzt gilt es einfach zu sagen, okay, entweder haben sie Bock oder haben sie keinen Bock. Es gibt Mitbewerber, da können wir natürlich nicht mithalten. Auch nicht mehr mit dem Finanziellen sowieso nicht, aber auch nicht mehr mit der Infrastruktur. Wo wir mithalten können, ist, dass wir sehr ansehnlich Fußball spielen, dass wir Spieler entwickeln können, dass wir Spieler stabilisieren können. Gerade wenn sie nicht so eine gute Phase hatte, haben wir sehr viele Spieler wieder auf die Platte gebracht. Darauf setzen wir ein bisschen, setzen auch ein bisschen darauf, dass das Verhältnis zu mir sehr, sehr gut ist. Ich hoffe, dass das dann am Ende alles ausgereicht, dass man sich für uns entscheidet, für Energie Cottbus. Kurz noch mal zu den neuen Gesichtern. Wir haben einige gesehen, die auch bis dahin ein bisschen unbekannt sind. Der Mann mit der 40 eine gute Aktion, glaube ich, in der Abwehr dort geliefert. Ist es jetzt wieder die Zeit gekommen, wo man sagt, man probiert die Jungen aus, auch zum Teil aus unserer A-Jung? Ja, Junis ist jetzt zum ersten Mal dabei. Der war noch gar nicht dabei. Der ist sehr engagiert, der kommuniziert sehr gut, der Coach sehr gut. Dari Sielic war ja schon mal dabei, hat auch schon im Pokal gespielt. Und Sielmann war auch schon mal das eine oder andere Mal da ein bisschen ärgerlich, dass Finn Heydrich ein bisschen muskuläre Probleme hat. Er wird auch dabei. Und Bektasch, der ist noch im Urlaub. Ja, wir beobachten das ja sowieso. Und jetzt war so ein Zeitpunkt, wo man in die U19 noch nicht angefangen ist. Konnten die ganze Woche, beziehungsweise seit Mittwoch mittrainieren. Haben das sehr, sehr ordentlich gemacht. Sehr engagiert, sehr spielfreudig. Sehr gutes Auftreten wünscht man sich. Haben sie auch dann so bestätigt. Wir freuen uns auf die nächste Aktion. Das wird am nächsten Wochenende sein. In Aue oder in Cottbus, gibt es da schon eine Entscheidung? Ja, die Entscheidung stand schon immer, dass wir in Cottbus spielen. Aber wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. Haben wir im letzten Sommer auch gemacht. Dennoch freuen wir uns da drauf, auf einem guten Rasenplatz zu spielen. Wird auch noch das, oder das letzte Testspiel sein. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, weil dann in zwei Wochen geht es ja schon los. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, macht die Mannschaft wirklich im Moment einen sehr guten Eindruck. Sehr konzentriert, sehr fokussiert. Auch ein sehr gutes Miteinander. Die Stimmung ist auch wieder ein Stück besser geworden. Ich hoffe, dass wir das natürlich dann auch in den Spielen transportieren können.